In der heutigen Meditation habe ich eine wunderbare Entspannung für Körper und Geist. Rolle deine Matte aus und mach es dir in Rücklage bequem. Wenn du magst, kuschel dich in eine Decke. Deine Beine liegen hüftweit geöffnet und deine Zehen rotieren leicht nach außen. Deine Arme sind achselweit geöffnet und deine Handflächen schauen zur Decke. Schließe sanft deine Augen. Atme jetzt tief ein und aus. Nimm weitere tiefe Atemzüge und lasse dich weiter in deiner Matte gleiten. Spüre, wie sich dein Körper bei jedem Atemzug entspannt. Nimm dir Zeit. Zeit zum Loslassen. Zeit nur für dich. Ich nehme mir die Zeit. Zeit nur für mich. Lausche deinem Atem. Lasse dich von deinen Atemzügen tragen. Jedes Ein- und Ausatmen beruhigt dich. Nimm dir Zeit. Zeit zum Loslassen. Ich nehme mir Zeit. Zeit nur für mich. Ich nehme mir Zeit. Zeit zum Loslassen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich nehme mir Zeit nur für mich. Ich lasse los. Ich lasse alle Gedanken vorbeiziehen. Es sind nur Gedanken. Ich lasse los. Ich gönne mir Zeit. Ich habe alle Zeit der Welt. Atme jetzt tief ein und aus. Belebe mit jedem Atemzug deinen Körper. Spüre, wie frische Luft deine Lungen füllt. Recke und strecke dich. Bringe langsam wieder Leben in deine Gliedmaßen. Öffne sanft deine Augen. Atme noch einmal tief ein und aus. Aus. Spüre nach. Lasse deine heutige Meditation noch einmal nachwirken. Rolle nun über die Seite und komm in eine bequeme Sitzposition. Richte deine Wirbelsäule auf. Kreise einige Male mit den Schultern vornüber. Wechsle nun die Richtung. Mit der nächsten Einatmung führst du seitlich die Arme über deinen Kopf. Atme aus und führe die Hände vor das Herz im Namaste. Wiederhole das nochmal. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Atme aus. Führe nun deine Hände im Namaste an deine Lippen und an die Stirn. Danke dir, dass du dir die Zeit für deine heutige Meditation genommen hast. Namaste.